Jo Leute und damit willkommen zurück zu Left 4 Dead 2 mit Flash Ja und mit Centos, dem kranken heute Jo, ja nicht wundern, ich bin so ein bisschen krank, aber geht noch Warte mal, in welchem Sinne krank? Körperlich oder im Kopf? Ach ne, beides gerade Im Kopf bin ich sowieso krank Bist aber unterm beides krank Ja, beides Todeszone Das Toastetel wurde aufgetan Diese vier werden erst wieder schließen Yeah Nein, ich glaub wir werden jämmerlich sterben Ja, wie immer, so richtig rumgrünen und so kann ich diesmal auch nicht Ja, endlich, dann kann ich dich endlich anschreien Vergiss das, ich mach's dann trotzdem Okay, dann hast du nächsten Tag keine Stimme, dann bist du total versagt Das wär nicht gut, weil ich Daxai das noch aufnehmen muss wieder Er ist ein bisschen blöd, wenn man krank ist, ne? Ja, das ist das Blöde, deswegen hab ich eher gesagt, hoffen werde ich nicht krank Das sieht ja gut aus Ja Mein Minipack Meine Machete, nimm die zweite Pistole Ja Ja, Minipack da noch, ne? Hab ich Okay Boah, die Maus ist wieder so super schnell Ja Kann ich schießen? Ja Okay, Kuva wechseln, man ist ungewohnt, wenn man andere Spiele spielt Mittlerweile Ja, das ist normal, das kennt man So, ready? Ja, ich bin bereit, dann lass los Ja Dann nervst du mit deinen Hinweisen Ja, kommen natürlich alle aus dem Busch raus Sorry Hab dich aus dem Angestellten Ja, ja, hab ich gemerkt Bill schießt mich aber auch schon wieder an der Olle Frecke Ja, bei mir war das auszusehen eben What the fuck, woher kommen die dann eben alle? Wanns rum ich dir die Machete? Mhm Schale geht näher an Ja, ich glaub wir müssen hier Ja, ist klar Komm alle hoch, wir müssen hier runter gehen Hä? Hier an der Seite müssen wir runter Ich weiß, wo ich schon bin Eins rum Eins rum Beiden Alter, warum krieg ich immer? Ich hab den Boomer auch noch getroffen Ja Ich hab den gar nicht gesehen gehabt Ja, wie kommen die ganzen Zombies hin Ich sterb da einfach mal Wieder in Teamarbeit arbeiten oder wie? Was ist denn Teamarbeit? Haben wir nie Vom letzten Mal Die ist auch eine Machete jetzt Bauen wir aber nicht Ja Ja Ich bin da auch noch Selbstschaden Ich hab's ja nicht Ah, ein bisschen Oh oh Ich hasse Engelgänger Wir kommen ja auch nicht lang Wir müssen da hinten die Leiter hoch Okay Meiner Ja, heute ist glaub ich irgendwie alles dein Du bist krank und konzentrierter Ach ne, nicht wirklich Ich komm ja aus was anderem Das ist ein anderes Spiel ja gerade Ja Das ist immer Ungewohnt, ne? Ja, das ist Schnelle Maus hast du dann Und dann Und Zombies Und konzentrieren Aber Du hast wirklich schon Spaß Warte, ich mach ein Licht aus Jawohl Ciao, ciao Wow Ja, toll Toll Ja Musst du nur nachladen Musst du auch nachladen Hier vorne waren Was ist hier vorne? Baseballschläger Ja, lade mal nach Was kommt da noch? Ah, das kriegt das schon hin, oder? Ja Irgendwas Lade nach Von der Inselzeit kam die eben angerannt Ja Boah Ja, der springt auch noch weg, ne? Du mal, Affe Hey, zähl woanders hin Hast du gehört? Zähl, wo du mal woanders hin Alter Hinter dir Jau Autsch Ja, jetzt ist der Hunter auf mich gesprungen Wieso nicht? Boah, du müsst wie echt Hä, wo kommt der denn jetzt her? Der ist schon in der Ecke Arschgeil Bein du mal Du bist doch voll der Cheater hier Ja, ne? Ja, finde ich auch schon Freut mich Geh lang Oder? Nee Ja, er looted Nein, ich werd die Pillen Du Arsch Boah, ey Über Autos hüpfen ist ja immer so geil Schlimmer, wenn die Alarmanlage bestimmt anhaben Ja, ja Ja, wieso auch nicht? Wieso soll man auch keine Alarmanlage anmachen bei einer Apokalypse, ne? Aldo, das Auto kann nicht noch geschonen werden, okay? Ja, ein Zombie, ich weiß Ein dumm Zombie, der alles kaputt fährt Ein Jockey Bleibst du da, du Kleiner? Ja, Luis, wieso? Nicht Ich brauche Munition mittlerweile oder eine andere Woche Ja, bleib da ruhig drin, ich Viecher Ja, noch eine Linenspitze Genau, Jungs, kommt mal mit Folgt der Folgt der Mami Folgt der Hexie Hexe Naja Folgt vielleicht der Jungfrau So, ich meine eine Folge genannt Okay Wow Autsch Hinter dir Ja, heil mich Danke Freut mich Ich glaube, zu weit kommen die gar nicht zu euch Ja, die kommen durch die andere Tür hier hinten Weißt du rum? Weißt, wo ich stehe? Hm Draußen Ja, ich sehe, wo du stehst Ich brauche Munition Der Ja, ich auch Man, andere Waffen schon Der Wie immer Ja, der Machete Kalle Machete Kalle Warte mal Runter noch Da kommt er Okay, ich bin eh unten Der steht hier um die Ecke Boomer Kotz, Boomer Kotz Ja Def, def, def Wer kann was aufnehmen? Du nicht, ne? Nee, nee Meine Du Arsch, Alter Ich wollte die gerade benutzen Das hast du bei mir nämlich auch schnell gemacht Ach, stimmt doch Boomer Kotz Mach ich doch nie Nö, am Arsch Ah, hier geht noch eine Tür offen Nur ich mach das immer, ne? Okay, nehme ich die Rohrbombe Das ist hier Da ist nix Ja, wieso nicht? Hol sie dir doch Schnell, schnell, schnell Was denn? Erstmal die Pillen Pillen, pillen, pillen Ich hab einen Moltov noch Ja, müsst ihr schießen Ich hab nur noch Machete Da kommt Jockey Gleich Da kommt er Ich hab den mal voll mit dem Messer noch kriegen müssen Ich bin gut, ne? Oh, steck doch Wo bleiben meine Bitch? Weiß ich nicht Alter Ich hab von euch Faggles hat mir den Rücken geschossen Ich war das aus dem Du sahst aus wie ein Zombie Die kotzen hier, Alter Waren die auf ne Party? Ich glaub, die waren auf ne Halloween Party Wie die aussehen hier Ja Ey, ihr habt auch gelitten heute Ich weiß es nicht Ich will grad mal hier drum gucken Cha-Cha Ja, cool Tot, 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 tot Noch nicht Ich musste nachladen Ah, da oben ist mir hin Wo ich hingezogen bin, grad? Ja, ich hab aber keine Waffen Ich würd dich ja retten Wo wollt ihr hin? Ich wollte einfach mal hinten gucken Vielleicht ist da noch was Guck Ich geh hier noch nicht Nur, dass ich noch am Schnarchen bin Ja, vielleicht bin ich da oben bin tot Weil du kannst hier nämlich auch noch ein Stück weg höher gehen Und Hier ist Willen Ja, vielleicht muss man bei dir weitergehen da Ne, ne Was haben wir hier? Oh, noch ne Adrenalin Dann nehm ich mir die mal Moment, ich muss erst mal hin Ich würd jetzt gern zurücklaufen und das Death holen, aber egal Hier ist nix mehr, hier ist man nicht schon Okay Der Raum Dann müssen wir aber hier hinter, also neben dem Haus weiter Noch nicht mal Munition? Die beiden sind natürlich schon reingelaufen Ja, warum sagst du denn nicht, dass die Munition ist? Ach, das ist hier Okay Das reicht doch Dass es der Raum ist Ja, das ist der Raum ist Ja, ich muss jetzt auch hier hin Ja, ich muss mich hin Ich muss mich hin